Ich hoffe, ihr wart da draußen alle fleißig und habt fleißig an euren Projekten in der Hetzner Cloud rumgespielt. Aber wir wissen alle, Hetzner hat noch ein ganz anderes Brot- und Buttergeschäft und das sind die dedizierten Server. Damit wollen wir uns eigentlich jetzt quasi nicht auseinandersetzen, aber viele von euch haben einfach halt eben auch dedizierte Server. Einfach aus der Vergangenheit, einfach aus der Historie oder manche sagen halt eben auch, nein, ich hätte gerne meine dedizierte Hardware, auch die kann man ja in Teilen in der Cloud haben. Aber trotzdem viele sagen, nein, mein Blech, ich will das überwachen und funktioniert. Hab auch ich, ist halt eben das Brot- und Buttergeschäft. Aber lasst uns nochmal drüber reden. Wir können die zwei auch ganz normal miteinander verheiraten über den sogenannten V-Switch und dann können wir wirklich hingehen und unsere Cloud-Produkte und unsere dedizierten Produkte einfach miteinander verheiraten und wir können auch zwischen beiden kommunizieren. Das heißt, die Ansätze wie nicht nur Betrieb, sondern halt eben zum Beispiel auch Migration oder einfach nur irgendein Load-Balancing oder einfach nur als Zwischenablage, welche Seite auch immer dafür genommen wird, ist erstmal eine ganz andere Sache. Oder zum erstmal temporär ausprobieren, was ist denn vielleicht für meine entsprechende Applikation vielleicht günstiger oder performant schneller. Das ist halt eben die große Frage, die ihr für euch selber beantworten müsst. Ich habe einiges in der Cloud, ich habe einiges auf einem dedizierten Server. Es kommt immer ganz, ganz stark darauf an, was ihr möchtet, was ihr braucht und was vielleicht auch eure Applikation braucht. Aber wir gehen zurück. Wir wollen jetzt zwischen unserer Cloud, die wir hier aufgebaut haben, unserer Fritzbox, kennt ihr alles schon, und unserem dedizierten Server wollen wir jetzt einen V-Switch aufbauen, so dass wir wirklich zwischen dedizierten Server und unserer ganzen Cloud-Infrastruktur kommunizieren können. Da setzen wir jetzt auch ganz einfach an. Ich gehe einfach mal erstmal ins Robot rein, das ist nämlich der erste und wichtigste Punkt, den ihr machen müsst. Ihr seht, hier unten hatte ich noch zwei drinstehen gehabt. Wir legen uns jetzt natürlich einen ganz normal neuen einfach an und den nennen wir jetzt hier einfach mal YouTube. Und wir müssen ihm eine WLAN-ID geben. In unserem Fall könnt ihr frei wählen, ich glaube, ich muss nur größer als 4000 sein. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal die 4015 und sagen V-Switch anlegen. Jetzt wird einfach der V-Switch angelegt. Im Endeffekt steuert ihr damit sogar bei Hetzner die Infrastruktur, weil jetzt wirklich zwischen euren Komponenten, die ihr auswählt, in unserem Fall jetzt zum Beispiel hier dieser Server, werden jetzt wirklich kleine Verbindungsbrücken gebaut, beziehungsweise VLANs mit VXLAN. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wahrscheinlich mit VXLAN aufgebaut oder sogar mit SD-WAN. Bin mir unsicher. Egal, werden auf jeden Fall dazwischen jetzt die Strippen gezogen, sodass ihr zwischen euren eigenen Ressourcen wirklich kommunizieren könnt. Das dauert hier wie immer 30 bis 40 Sekunden. Und dann ist zumindest schon mal die V-Switch-Verbindung zum Server. Also der Weg wirklich physikalisch im Rechenzentrum bei Hetzner wird dann zu diesem Server wirklich mit dem entsprechenden VLAN weitergeleitet. Und wir gehen jetzt über, dass wir in der Cloud die ersten vorbereitenden Maßnahmen durchführen. Das Netz hier kennt ihr. Wir haben es gemeinsam aufgebaut. Ich habe hier nichts dran verändert und wir setzen auch genau da jetzt einfach an, sodass wirklich jeder auf dem selben Stand sein sollte. Das heißt, wir gehen ins Netzwerk, gehen in unser Cloud-Network und werden jetzt ein neues Subnetz anlegen. Wir wissen, wir können ja sowieso über die Subnetze hinweg kommunizieren, wie wir wollen. Und wenn wir jetzt hier sagen, Subnetz hinzufügen, gibt es hier unten einen wichtigen tollen Knopf. Und der nennt sich V-Switch-Verbindungen herstellen. In unserem Falle haben wir ja gerade YouTube angelegt. Wir können das auch gegen kontrollieren. Da unten stand ja noch so eine schöne Zahl. 3, 8, 4, 4, 0. Wenn wir jetzt einfach zurückgehen, gucken wir mal, irgendwo willst du stehen. Da, 3, 8, 4, 4, 0 steht die Adresse auch. Das heißt, die haben wir auch. Jetzt kommt schon mal der erste wichtige Punkt. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir dieses 10.100.1 Netzwerk genommen haben für unseren WireGuard. Lassen wir also einfach mal außen vor. Wir machen daraus jetzt einfach mal eine 2.0, sodass wir halt eben die Verbindung auf diesem Netzwerk benutzen und da nicht auf einmal in Mysterio kommen, dass da irgendwelche IP-Adressen konflikten. Deswegen wissen wir ja, wir richten da die 2.0 ein. Und jetzt kommt schon die erste Magic. Wenn ich nämlich jetzt hier sage, Subnetz hinzufügen, gibt ihr mir oder gibt das System oder die Cloud mir direkt vor, was ich auf meinem System, auf meinem, in meinem Falle jetzt Proxmox Host, aber auf eurem dedizierten Server einrichten muss. Und er gibt das direkt vor, anhand auch von dem Netzwerk, was ihr jetzt eingerichtet habt. Und da lese ich euch jetzt einmal ganz kurz vor, wir machen es auch natürlich sofort, was hier passiert. Es passiert hier nichts anderes, dass wir auf dem physikalischen Interface von unserem Server ein VLAN anlegen. Das funktioniert natürlich unter Proxmox, das geht unter Debian, das geht unter Ubuntu, das geht unter was weiß ich was, alles überall, keine Ahnung. Das kann man auch auf einer PFSense machen, kann sein, dass ihr eine PFSense auf einem dedizierten Server laufen habt. Was auch immer, ein VLAN wird angelegt auf einem dedizierten Interface. Das Interface wird nochmal konfiguriert mit einer MTU von 1400, diese 100 MTU, die uns obenrum fehlen, das ist das, was Hetzner braucht, um die ganze Kommunikation bei sich im Rechenzentrum ganz normal zu steuern. Deswegen, 1400 MTU, denkt dran, ist ganz, ganz wichtig. Dann dritter Step, Interface wird abgenommen und da unten wird jetzt die IP-Adresse 2.2, ihr kennt es, Gateway ist immer Hetzner, mit der 1 am Anfang, das steht auch da, wird eine Route hinzugefügt, 10 100 000, 10 100 000, slash 16 geht zur 2.1. Also auch da seht ihr wieder, der Ansatz mit dem Gateway ist auch hier wieder ganz normal gegeben, die Kommunikation geht über das von Hetzner vorgegebene Gateway. Wir werden das jetzt hier konfigurieren, ich kopiere mir hier einfach den Namen, ich bin ja ein fauler Sack und wir gehen in unseren Proxmox Host rein. Also unter PVI gehen wir einfach in die Sektion hier oben rein, Netzwerk und fügen jetzt einfach das WLAN hinzu, das ist ja das, was die Anleitung hier sagt, wir sollen einfach auf unser physikalisches Interface ein WLAN hinzufügen, machen wir. Also Linux, WLAN hinzufügen, jetzt hat er wahrscheinlich, nee, hat er nicht alles kopiert, unser physikalischer Name von unserem Interface, alles klar, passt. Punkt 4000 fürs WLAN, das passt nicht, wir wollen nämlich 4500 haben. Haben, habe ich gerade einen Fehler entdeckt? Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Wir wollen doch 4015 haben, wie wir im Robot angegeben haben und hier in der Dokumentation steht auf einmal WLAN 4000. Oh oh, oh oh, ich glaube, oh oh, ich glaube, Hetzner, da müsst ihr einmal dran arbeiten, da steht 4000, obwohl wir 4015 eigentlich hier angegeben haben. Wo steht's? Da steht hier mit Sicherheit, da, WLAN-ID, oh oh, Hetzner, ihr müsst da mal kurz bitte nacharbeiten. Ganz, ganz wichtig, da steht 4000 hier, das ist hier überall falsch. Für die User Ability bitte, oder Availability? Nee, für die User Visibility bitte da die Dinger einfügen, 4015 einfügen. Das wäre vielleicht ganz, ganz wichtig nachher, dass es bei den Leuten nicht geht, weil sie Copy-Paste machen. Bitte, bitte einfügen, bitte hinzufügen, ist ganz wichtig, falls das bei euch gehen sollte. So, egal, MTU 1400 hinzufügen und das war's. Wir können hier jetzt noch schön brav sagen, vSwitch, damit wir das Ganze so ein bisschen zuordnen, wir richten hier jetzt noch nicht die IP-Adresse ein, sondern wir sagen hier jetzt erstmal nur bitte WLAN hinzufügen. Auch hier wieder, ich bin faul, ich kopiere mal eben diesen Namen, denn wir bauen uns nämlich jetzt die V-Bridge, beziehungsweise die Linux-Bridge. So, die können wir jetzt auch so nennen, VMBR2, das ist mir in Ordnung und hier kommt der Bridge-Port hin mit unserem WLAN. Auch da bauen wir jetzt den Namen hin, vSwitch und unser Netzwerk 10102.2 slash 24. Kein Gateway, denn das Ganze, wenn wir jetzt hier in Gateway eintragen, würde er nämlich jetzt uns sowieso sagen, öh, geht nicht, weil wir haben hier oben ja bereits unseren Standard-Gateway für unseren Server eingerichtet. Das heißt, das können wir jetzt hier gar nicht machen. Ich glaube, das wollte er hier auch gar nicht, ne? Nee, er will ja auch einfach nur eine Route hinzufügen. Und damit sagen wir jetzt hier auch einfach speichern, MTU brauchen wir erstmal nicht, weil wir haben es ja auf dem WLAN ganz normal gemacht und wir sagen Create, Apply, Configuration, Save. Damit wird jetzt erstmal wirklich das WLAN eingerichtet und einfach mal der Bridge da drauf gelegt mit der IP-Adresse 10102.2 slash 24, so wie da angegeben ist. Das letzte müssen wir halt eben per Hand machen und das ist halt eben diese Route hinzufügen. Ich habe dafür schon mal das Putty-Fenster hier aufgemacht und wenn ich jetzt einfach mal schaue unter IP-Route, seht ihr jetzt das Ganze mal die Layer-2-Route natürlich jetzt eingetragen worden ist. Liegt einfach an unserem Netzwerk-Interface dran. Aber wir wollen natürlich in das komplette Cloud-Netzwerk kommunizieren von uns und da wissen wir ja, das ist die 10100.0.0 slash 16. Und das ist auch das, was jetzt hier angegeben wird ins Routing, dass wir sagen, alles klar, bitte alles, was ins 00.0.0 slash 16 geht, schießt das bitte halt eben in die 10100.0.1 rein. Ganz wichtige Sache jetzt noch. Ich verfüge das nämlich jetzt schon mal direkt hinzu, vielleicht für die Leute, die mehr wollen, die weiter wollen, die höher wollen. Wenn ihr jetzt von eurem dedizierten Server aus, von eurem dedizierten Server aus, über eure Hetzner Cloud, über eure PFSense, über euer Side-to-Side VPN Volt in Richtung Fritzbox, hier nach Hause, so wie sie hier neben mir steht, müsst ihr natürlich noch eine weitere Route einrichten. Ihr müsst dann nämlich hier noch sagen, zusätzlich, IP-Route-Add 10, ah nicht 10, 192, 168, 188.0 slash 24 via 10100 2.1. Weil sonst kennt euer Server den Weg ja nicht in Richtung eurer Fritzbox hier zu Hause. Also für die, die noch weiter wollen, anstatt nur zwischen Cloud und Server, müssen halt eben diese Route einrichten. Denkt dran. Und wir sind jetzt im ersten Step mit unserer Kommunikation hier erstmal soweit fertig. Wir können jetzt nicht ganz so viel testen, aber das werden wir jetzt erstmal erledigen. Was haben wir jetzt für Systeme überhaupt? Jetzt denke ich mal ganz kurz für euch laut nach. Ich gehe mal kurz zu unserer PFSense, beziehungsweise besser ist erstmal, wenn ich in die Übersicht gehe, dann seht ihr ja nochmal, was für Server ich habe. Ich habe ja nur einen einzigen Server und eine PFSense. Beide lauschen auf einer IP im Segment 10100 0 slash 24, unsere PFSense, so wie unser Debian Host. So, ich kann euch jetzt schon mal sagen, wenn wir die PFSense anpingen, wird nicht gehen. Wenn wir unseren Server anpingen, wird gehen. Denn jetzt kommt der kleine Clou, den ihr einfach wieder verstehen müsst. Wir kommunizieren jetzt wieder erstmalig, zumindest über die Kommunikation des Gateways von der Hetzner Cloud. Gar nicht erst über die PFSense. Das heißt, zwischen dedizierten Server und unserer Hetzner Cloud haben wir jetzt erstmal nur den V-Switch gebaut, wo die PFSense außen vor ist. Das ist halt eben leider Gottes so. Aber alle andere Kommunikation könnten wir natürlich nachher wieder über die PFSense ruten. Das heißt, auch hier in dem Falle, wenn wir es richtig basteln, können wir selbstverständlich unsere Dienste, was auch immer es ist, können wir natürlich auch von unserer PFSense von außen bedienen. Über den V-Switch zu unserem dedizierten Server, wo unsere Maschinen liegen, das funktioniert natürlich auch. Aber bevor wir so kompliziert denken, bleiben wir erstmal beim Low-Level. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an, kurz rumzupingen bei der einen Maschine, wo es geht. Und dann bauen wir die PFSense so kurz um, dass da zumindest die Kommunikation auch läuft. Das heißt also, ich habe euch ja versprochen, die 0.2 wird hier nicht funktionieren, weil die PFSense, ja wie soll ich sagen, die wird das natürlich auch erstmal gnadenlos wegblocken. Denn wie kennt das Netzwerk 10.100? 2.0 kennt die ja gar nicht. Aber die Maschine 3 sollte uns jetzt antworten, weil das halt eben direkt über die Kommunikation vom Gateway in der Hetzner Cloud läuft. Auch da wir dann nicht wundern, warum wir 25 Millisekunden sind, mein dedizierter Server hier, wovon ich gerade pinge, der steht glaube ich in Nürnberg oder so, ich weiß es nicht. Und unsere virtuelle Maschine steht in Helsinki, deswegen haben wir hier auch so eine hohe Latenz, hohe Latenz in Anführungszeichen, also nicht wundern. Das heißt, die Kommunikation zu der Maschine funktioniert jetzt schon mal. Das heißt, wir wollen jetzt vielleicht noch die Kommunikation hinbekommen zu unserer PFSense, weil wir dann nämlich halt eben ganz, ganz große, tolle Sachen damit machen können mit Routing und wir können alles über die PFSense noch weiter routen. Und deswegen gehen wir jetzt mal auf die PFSense und ich zeige euch, wo das kleine Problem liegt. Wir brauchen nämlich hier wirklich nur sagen Regeln und dann haben wir hier, und ihr seht das schon, steht hier eigentlich nur drin, TCP, Sternchen, bla bla bla, gar nichts. Entschuldigung, falsche Page, da 10.100, 0, 0, slash 24. Das heißt also, wir kommen ja am LAN-Interface hier an, aber wir kommen ja mit der 10.100, 2.2 hier an und dann sagt die Firewall erstmal, nö, ist nicht, lasse ich nicht durch. Das heißt also, wenn ich das jetzt einfach mal, ich mache es mir jetzt gerade einfach mal einfach, baue dieses Netzwerk um auf slash 16 einfach und sage safe. Dann habe ich jetzt zumindest den Vorteil, dass ich jetzt Firewall-seitig wieder sagen kann, alles klar, der Ping, den ich jetzt von meiner dedizierten Maschine hier losschicke, der kommt da jetzt halt eben auch einfach an und wird halt eben auch ganz normal angenommen. Auch da wieder der Hinweis, guckt mal da die Millisekunden, wie nah das dann zusammensteht und dann sind auch die Millisekunden wieder so, ja, lokal, wie zu erwarten. Was heißt das jetzt zusammengefasst? Zusammengefasst heißt das jetzt, wir haben die Kommunikation zwischen unserem dedizierten Server, wir können natürlich auch mehrere Verbindungen machen, dann brauchen wir natürlich aber einen weiteren vSwitch, zwischen unserer PFSense hergestellt. Und wenn wir die Verbindung zu unserer PFSense hergestellt haben, ab dem Zeitpunkt haben wir ja ein Routing-fähiges Gerät, was wir selber Routing-mäßig halt eben auch steuern können. Und wenn wir da drüber dann angekommen sind mit unseren Paketen, können wir wieder alles tun, was wir wollen, über irgendwelche VPN-Verbindungen das Ganze jagen, zurück zu unserer Fritzbox und so weiter und so weiter. Wir sind halt ab diesem Zeitpunkt komplett frei. Da das ja eigentlich eine ganz gute Idee ist mit dem Routing bis zur Fritzbox, probieren wir das jetzt einfach mal gemeinsam aus. Obwohl ich es nicht ausprobiert habe, machen wir es trotzdem einfach mal. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach mal die Route zur 188-0-10102.1. Wie gesagt, es kann sein, dass Hätzer da noch irgendwas zugegen hat, das werden wir aber gleich sehen. Slash 24 und Jens kennt die Kiste halt eben auch die Route, zumindest bis hierhin. Unsere Fritzbox muss natürlich auch die Rückroute kennen, aber wie ihr euch vielleicht noch zwei, drei Videos zurückerinnert, haben wir hier ja angegeben, Routing-technisch erreicht doch bitte alles, was die 10.100.0.0-16 macht. Ich hoffe, dass ich das eingerichtet habe, kontrolliere ich nämlich jetzt nicht. Denn ich werde jetzt einfach mal schauen, ob ich das jetzt schon erreiche. Rückrouten-technisch sollte es eigentlich passen. Die einzige Sache, die es noch sein könnte, ist, dass die PFSense vielleicht noch die Route wissen muss, wo sie die Pakete für die 2.2 hinschicken muss. Das können wir aber auch mal eben kurz kontrollieren. Indem wir unter Routing gehen, haben wir hier das Ganze hier stehen mit dem LAN-DRCP-Netz, worüber wir auch kommunizieren müssen. Und wenn wir jetzt nach Static Route gehen, wissen wir es halt eben nicht. Wir kennen nur das Heimnetzwerk. Das heißt, ich werde jetzt vorsichtshalber hier mal eine Route hinzufügen mit der 10.100.0.0-24 und das Ganze als Gateway in Richtung meines LANs, also in das LAN von der Hetzner-Cloud, sodass die Pakete da zumindest auch schon mal weitergeleitet werden. Also Apply Changes. Und damit sollten wir jetzt eigentlich eine Kommunikation von Ende bis Ende hergestellt bekommen haben. Wie überprüfen wir das? Ja, wie immer. Einfach mal ein CMD-Fenster hier bei mir am PC aufmachen und dann prügeln wir einfach mal die IP-Adresse da rein. Also, was haben wir eben gelernt? Was hat unsere Maschine bekommen? 10.100.2.2. Also, Ping. 10.100.2.2. Go for it. Oh, 20 Millisekunden bis zur Hetzner-Cloud über die PFSense. Von der PFSense über den vSwitch zum Dedicated-Server und vom Dedicated-Server wieder zurück. Macht also in unserem Falle nach Adam Riese hier 19, 18, 20 Millisekunden. Ich will jetzt aber auch noch den anderen Weg kennen. Die Frage ist, ob man PC hier wieder Ping zulässt. Ich weiß es nicht. 192.168.188.1 ist zumindest meine Fritzbox. Das lässt sich jetzt gerade eben nicht zu. Vielleicht Routing-technisch, aber darum kümmern wir uns jetzt einfach nicht. Die eine Richtung funktioniert zumindest. Jetzt müssten wir halt anfangen, tief Trouble zu shooten, aber die Kommunikation sollte eigentlich kein Problem sein. Ich weiß nicht, was mein PC hier für eine IP-Adresse hat. Keine Ahnung, muss ich raten. Gucke ich mal eben rein. Gut, ich habe es gerade getestet. Bei mir am PC ist hier die komplette Firewall zu. Das heißt, das wird jetzt hier nicht funktionieren, aber wir sehen ja zumindest. Wir kommen ganz normal in das Netzwerk rein und das ist das Allerwichtigste, dass wir in unser komplettes Netzwerk kommen, was wir uns jetzt hier in diesen ganzen letzten Videos aufgebaut haben. Das heißt, wir haben jetzt wirklich hier ein homogenes System zwischen Cloud und dedizierten Server. Wir können das komplett über unser Heim-Netzwerk hier routen. Es muss ja keine Fritzbox sein. Ich habe einfach das Ding hier immer nur als Beispiel genommen. Ihr könnt euch ja auch selber irgendeine Mini-Firewall zu Hause hinstellen mit einer PFSense. Das funktioniert ja genauso gut. Und wir haben jetzt einfach ein schönes, hybrides Modell in der Hetzner-Cloud. Und das ist auch der Ansatz, den ja viele Unternehmen heute fahren. Wir haben was On-Prem. Wir haben was, was weiß ich, was dediziertes bei einer Co-Location stehen. In dem Falle Hetzner. Und wir benutzen halt eben noch zusätzlich irgendwie den Cloud-Ansatz für unsere Testumgebung, für unsere DevOps-Umgebung, für unsere Umgebung, wo wir einfach mal AI-Power kurzzeitig brauchen, die wir einfach mal kurzzeitig bezahlen, um sie dann halt eben wieder wegzuschmeißen und so weiter. Das hier ist jetzt wirklich einfach der kleine Ansatz von einem kompletten hybriden Ansatz, den man halt eben als Unternehmen fahren könnte. Und das Ganze jetzt sogar noch untereinander, ja, vernetzt. Und alles nur mit Bordmitteln von Hetzner und ja, na klar, keine Frage, der PFSense. So, ich hoffe abschließend natürlich, dass euch diese ganze Videoreihe mit diesem ganzen Aufbau hier, den wir haben, den wir wirklich fein säuberlich durchgegangen sind, gefallen hat. Mich würde natürlich freuen, wenn ihr einfach mal hier unten den Abo-Button drücken würdet und natürlich für dieses Video hier einen Daumen hoch. Und dann werden wir auch mit Sicherheit in Zukunft mit Hetzner-Thematiken und was auch immer wieder tun können. Wir haben ja alle Qual der Wahl. Werden wir halt eben weitermachen. Ich bedanke mich dafür und macht's gut. Ciao. Ich bedanke mich dafür.